Hey, ich bin Samuel und ich mache eine Lehre als Metallbauer. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Job. Man macht überhaupt nicht all den Tag zugleich liegen. Und es ist sehr kreativ, weil mit Metall kann man extrem viele verschiedene Sachen machen. Wenn du eine Lehre als Metallbauer machen möchtest, dann ist es sicher nicht schlecht, wenn du körperlich fit bist, gut im Matte und auch sehr optimal ist, ein gutes Vorstellungsvermögen. Das Schweissgerät ist eines der wichtigsten Arbeitsgeräte bei mir im Arbeitsplatz. Nebst der Bohrmaschine und der Sage. Mit dem Schweissgerät schweiss ich nicht tagtäglich verschiedene Metalle zusammenschweissen. Sei es ein Geländer oder eine Türe oder einfach nur ein Rähmchen. Wenn dich dieser Beruf interessiert, dann komm doch an SwissKills zum Stand der Metallbauer zu schauen.